herzlich willkommen zu einem neuen shop video ich hatte heute schon hochgeladen das shop video allerdings konnte man da aus irgendwelchen gründen im prinzip gab es ein standbild dort zu sehen deshalb lade ich das ganze jetzt einfach normal hoch noch mal einfach komplett neu der stream ist gerade auf twitch online das heißt ich check gerne mal den ersten link in der video beschreibung aus dort kommt er auf den twitch kanal und jetzt schauen wir uns mal an was heute alles im shop ist wir haben heute also die community community voting ist beendet wir haben den berg ist jetzt als der was die community am meisten wollte gibt es in vier verschiedenen stilen einmal standard dann einmal mit jacke dann schimmernd und dann schimmern mit jacke ist auf jeden fall ganz heißes gehen kann man sich denke ich mal kaufen dann auf der ganz linken seite habe den überschall charakter mit einem reaktiven backpack das kills anzeigt hat auch verschiedene vier verschiedene stile in schwarz orange gelb und dann so bischen wissen die sehen auch alle ein kleines bisschen unterschiedlich aus ist auf jeden fall ganz weiß dazu passen gibt es den zielsicher gleiter der karten zaun gg auf jeden fall hatte so leichten propeller sound ist auf jeden fall ganz heißen dann haben wir die verstohlene schwarze lackierung ist schön schlicht und da fehlt eine animation auch nicht als stark gegen die luftkampf lackierung ist nicht ganz so nice viele an viele lackierungen ohne animation sind eben halt nicht wirklich gut und die verstohlen schwarze lackierung ist zum beispiel eine relativ gute nicht an mir schwarze lackierung hier luftkampf finde ich eher nicht ganz so gut dann im nächsten slot haben wir hier den schädelinen charakter der zwei verschiedene stile hat einmal in diesem weiß pinken und einmal in dem schädelstil also einmal schädel und einem herzstil dass den zweiten stil kann man mit den herausforderungen freischalten und als backpack gibt es einmal auch ein herzpack und einmal ein schädel backpack dazu gibt es auch noch eine passende spitzhacke die auch zwei verschiedene stile hat die man jedoch nicht freisch halten muss einmal auch die rosa und standard ein ganz nice sound und im nächsten slot haben neue spitzhacke und zwar kleine happen aus dem überreise set woraus auch hier der berg charakter stammt auch passend hier dies pinke und das zeichen vom kuschelbeauftragten im nächsten slot haben wir disco party mode ist ein IC mode kann sich definitiv kaufen war auch schon lange nicht mehr am shop drin im danach haben wir noch den fenix skin ist ein wolf sieht sogar eigentlich ganz nice aus kann man sich auch kaufen generell heute der shop ist eigentlich ganz nett der eisbrecher die eisbrecher spitzhacke ist nicht ganz so cool das ist eigentlich nichts wirklich besonderes ist immer eine schaufel mit so ein paar zacken dann haben wir battle pass stufen für 600 v bucks den showstopping mode ist ein coole mode kann sich definitiv kaufen und als letztes haben wir noch am wasser gebaut das war es mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen das gerne mal eine bewertung auf dem video da ich würde mich auch über ein abo freuen wenn wenn ich hier keine videos verpassen wollt und dann bis zum nächsten video ciao